Hallo zusammen! Ich habe heute fünf Übungen geplant. Das sind absolut fünf die besten Übungen mit eigenem Körpergewicht für eine Fettverbrennung. Die erste ist Spiderman, push-up, die zweite ist Squard, die dritte Bombi, vierter Launch, fünfter Pour-Up. Machen wir jetzt zusammen. Spiderman, zehn wiederholen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, die zweite ist Squard. Wie viel machen wir? Zwanzig. Wiederholen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dritig, vierzehn, fünftin, 16 17 18 Noch 2 Noch 1 Sehr sehr schön geschafft Die dritte Übung Bumby Aber richtig groß jump 10 wiederholen Machen wir 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 Noch eine Sehr sehr gut geschafft So die vierte Übung Beste Übung Launch Machen wir linke Beine ziehen Rechtsbeine auch ziehen Aber gleich hier wechseln Direkt nach hinten 4 4 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, so, noch eine runter. 1, 2, 3, 4, 5, 10, so, noch eine runter. 6, 7, 8, 9, 10. 10, das war's. So, die letzte Übung für heute ist Pull Up. Heißt auch Cheap Up. Wenn man kompletter schaffen kann, kann auch heiße Klimmzüge. Wenn man nicht so richtig schaffen, jetzt macht diese Übung hier dran, kannst du auch Klimmzüge so schaffen. So, ich mach so. Vielleicht kann auch ein Tisch, aber richtig ein stabiler Platz finden. So, diese Stange bestens über dein Brust. So, machen wir 10 wiederholen. Schön langsam ausfühlen. 1, 1, ausatmen, 2, ausatmen, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, noch eine. Ich fühle das super gut für Arme und Brust und auch mit dem Rücken. So, das war's die 5 Übungen für heute. Kannst du sehr, sehr gerne jetzt wiederholen. Mache ich auch. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Ciao.